hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video über den cocky cod mod einem server und ja meingriff eingriff minecraft ja ich habe in der letzte zeit recht viel minecraft auf servern gespielt von kollegen von guten mitspielen wir haben recht viel gebaut haben aber uns gedacht ja wir müssen wieder ein modpack server machen und dank dem schnitzel schied habe ich jetzt auch ein guter host und jetzt auch nicht so das problem dass ich immer wieder pro monat irgendwas bezahlen muss weil ich meistens einige zeit braucht sich das bezahlen kann also nicht direkt immer mit der kreditkarte immer wieder ja da die das geld überweisen kann oder will und deshalb ja jetzt einfach jemand hat der sponsoriert und auch sehr viel lust hatte irgendwas zu bauen deshalb haben wir mehrere mods eingefügt die mit dekoration und so sind ein bisschen leichter macht das spiel dann damit wir mehr bauen können und so weiter es wird wahrscheinlich trotzdem nicht so leicht sein weil irgendwie die creeper und so ein bisschen stärker wurden durch ein mod aber das werden wir dann auch noch schauen ich bin jetzt gerade am testen deshalb bin ich hier auch in der single player welt im survival modus und ja für das video jetzt gerade im kreativ modus ja der cocky cod mod hat auch ein ressource pack das eigentlich ziemlich schön aussieht auch ein bisschen augenschonender ist dass die meisten verpixelten texte pack ich weiß jetzt nicht die auflösung die kann jetzt mal kurz schauen steht leider nicht aber der cocky cod mod der macht ganz viel also er fügt einfach sehr viele items ein die ein bisschen fehlen also im deco craft mod haben wir noch ein bisschen ein paar sachen aber da kann man extrem schöne häuser bauen und weil ich und schnitzel schied schon ein bisschen antwortlich sind beim gebäudebau ist es ein super mod also kann man sehr komische sachen auch bauen jetzt bin ich genau vor dem bogen okay kommen die dann hinzufügen ja das ist jetzt nicht so rund aus aber damit kann man so anlagen bauen garten anlagen bauen sehr schön was ich so toll finde ist zum beispiel ja die verschiedenen farbigen blöcke aber ja vor allem die gegenseitigen also könnt wirklich wein mit dem kasten mpc mod dass deshalb ist es auch 1.12 2 nur dagegen und bis 1.12 1.13 das war das letzte drei oder so auf jeden fall ja dann brauchen natürlich auf serben auch custom mpc ist natürlich eines der besten ambiente mod damit wir npcs haben wo sind die fackeln genau das sind wirklich laternen sie können wieder laternen entstehen die sind viel schöner aus als nur fackeln das ist geil ziemlich eines der beeindrucksten optischen sachen für fackeln finde ich richtig toll ja ich werde ein bisschen in der singleplayer welt testen wie es so geht also ja das er wird wahrscheinlich das schon aushalten und ja ich habe ja noch die misst kräft mod trainer können die menschen zu machen das nicht alles abgefahren wird und so aber wir haben gemerkt wir haben ungefähr 67 spieler für server es geht schon ewigkeiten bis etwas abgefahren ist weil ja es gibt so viele blöcke und alles mögliche und wenn sich die leute wirklich auch bemühen auf dem server ein tolles klima zu haben so wie in projekten wie kräfte tech 8 oder so dann wird das schon sehr toll sein aber gelassen natürlich nicht alle leute einfach auf dem server ihr müsst euch also ein bisschen auch arrangieren dass ihr auf dem server könnt in dem die einfach ein sehr viel mühe drin und die brauchen wir nicht die leute die sich nicht dran halten können weil es ist wirklich nicht viel was sie ja ausführen müssen oder an die regeln halten müssen gut besuchen nämlich auch noch einen der event für plugins auf dem server ins leeren kann das ist ein bisschen schwer mit mods aber es geht wir haben das schon mal getestet vor einem jahr es geht nur sind die plugins manchmal nicht gerade so funktionabel also da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr hilfe als wir das vor einem jahr hatten und ja in nächster zeit kommen dafür auch ganz viele videos denke ich mal über minecraft ich werde wahrscheinlich nicht mehr andere games oder eigentlich nur roblox oder sonst irgendwas also ein bisschen weniger anspruchsvollere games denn ihr könnt gerne in die kommentare schreiben was sie sehen wollte ich kann halt nicht gerade so gut aufnehmen mein pc ist auch langsam ein bisschen weniger schnell also er hat auch ein bisschen mehr mit aufnahmen und damit der grafik ist halt schon sechs jahr alt aber ich würde sicher auch irgendwann mal einen pc kaufen können das ist klar wird wahrscheinlich gar nicht mehr so lange dauern und dann machen natürlich auch wieder live streams und alles mögliche weil ich dann auch wieder hat mehr hdmi slots habe für einen zweiten monitor und so wenn ich dann mal sehen da bekomme ich sehr gute hilfe von einem online shop über und ich werde noch ein paar andere videos wo ich auch noch mal sage dass ich ein bisschen hilfe brauche werde die mods ein bisschen austesten ich werde mal ein paar sachen bauen hier und dann sehen wir uns wieder weiter es gibt manchmal ein paar junk probleme mit mods mit dem fliegen nur aber das liegt dann irgendwie einen mod eventuell mist kräftet ist so dass man einfach kurz ein bisschen hakelt das muss man vielleicht wieder entfernen oder so also da brauche ich jemand der sich mit mods auskennt und ja dankeschön nochmals fürs zusehen anschauen vom video und wenn ihr interesse habt schreibt es in die kommentare wenn ihr ideen habt wenn ihr dinge haben wollt also wenn ich etwas bauen soll oder so weiter dann dürft ihr das auch gerne in die kommentare schreiben ich bin offen nutzt es und und ich werde es leben also mein spaß ist schon gigantisch groß ich kann fast das video nicht beenden und ich kann fast nicht offline also das minecraft bänden ist einfach genial okay das sieht jetzt nicht so 3d aus ja der mod der gibt es glaube ich eigentlich über ford also curseforge mods und ich glaube das ist eine eigene webseite gewesen genau das habe ich gestern installiert über eine externe webseite einfach mal kokicode angeben und wo haben wir kokicode einfach kokicode mit c mit 3c und das ist einfach ein optischer mod ein baumod und schön wieder mal einen zu sehen ach ja kurz nachschauen ja architektur kräfte habe ich nicht mehr drin brauche ich auch nicht mehr als es nur wenige blöcke die kokicode mod nicht hat ja also ich werde dann ein update über diese welt zeigen wo ich einfach mal bist du selber online erst ein bisschen selber weil mache und ja wir sehen uns in ein paar tagen oder sogar ja schon in einem tag oder weniger sind einem tag mit einem nächsten video und ja also von diesem knall geht es jetzt dann weiter ich konnte halt nicht so gut aufnehmen konnte eigentlich ja mir gefiel einfach die qualität nicht und ich konnte jetzt durch ein neueres update wieder die qualität ein bisschen höher schrauben und jetzt geht es auch wieder besser und ich war halt auch sehr viel am sport machen weil ich brauche das weil ich ja nicht so gesund bin weil ich sehr viel krank also sehr schwer krank bin naja gut also dann dankeschön und bis zum nächsten mal tschüss ich 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 und ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020